Herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash, holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig und heute geht es um ein Thema, was hier auf dem Kanal, glaube ich, noch nie großartig thematisiert wurde, aber was ich persönlich sehr spannend empfunden habe, um Tanzerboot und das Thema Tanzerboot ist pleite und ich werde das versuchen konstruktiv aufzubauen und ja, meine Tipps einklammern in den Titel, ja und vielleicht sieht er es, er folgt mir, ich folge ihm, ich mag ihn auch, ja, ich fand die Videos grundsätzlich immer unterhaltsam und hab mir das früher mal regelmäßig reingezogen, auch die Livestreams hab ich immer mal geguckt und ja, von daher, warum nicht, ne, warum redet man jetzt nicht einfach ein bisschen konstruktiv drüber, denn ich glaube, viele YouTuber haben sowas schon mal erlebt, was er erlebt hat und auch ich hatte schon mal ein Problemchen und ich kann mich da auch hier und da drin wiedersehen in dem, was er in seinem Video rausgehauen hat und für alle, die jetzt nicht wissen, was ist denn überhaupt passiert, Tanzerboot hat auf seinem Hauptchannel ein Video gemacht, wo er darüber gesprochen hat, dass er pleite ist, ja, dass er auch eine Kaufsucht entwickelt hat und über seine Verhältnisse gelebt hat und jetzt kam die Steuer und sein Steuerberater und der meinte, Mensch, 21 muss jetzt abgegeben werden und auch 22 und wir brauchen Geld und das scheint eine größere Summe zu sein, die jetzt fehlt und ich bin eigentlich relativ guter Dinge, dass er das auch ohne großartige Hilfe schafft, denn er hat eine große Community und im Prinzip wäre es relativ easy, mit ihm auch Geld zu verdienen, ja, ich weiß nicht, ob er Management hat oder nicht, ich meine, sein Onkel hat ihn mal gemanagt, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, ich glaube, das ist es nicht mehr, aber wenn nicht, mache ich es auch gerne, also ich glaube, man trägt mit Tanzerboot relativ schnell auch das Geld rein, ja, aber ansonsten würde ich jetzt mit euch gerne mal so die Sachen durchgehen und auch sagen, ja, das kann jedem passieren, ich habe zum Beispiel Wirtschaftspsychologie und BWL studiert und hatte auch ein Steuermodul und das auch bestanden und trotzdem wusste ich vieles nicht und da kann vieles schieflaufen und das soll vielleicht auch so ein bisschen eine Hilfestellung sein für Leute, die auch überlegen, sich selbstständig zu machen, sich auch gründlichst schon mal vorher damit zu beschäftigen, was man da alles so falsch machen kann, ja, und ich denke, er wird das schaffen, ich habe es auch geschafft, viele andere, auch Vizcar Barca, bei dem läuft es super, ja, haben dann mit ihrer Reichweite sich da auch rausgekämpft, aber das kann schon zwischenzeitlich ziemlich brenzlig sein, ich sage aber auch zu jedem, man kann mit dem Finanzamt immer reden, ja, es gibt viele Möglichkeiten heutzutage, ja, dort auch, wenn man auch gewillt ist, das zurückzuzahlen und auch, ja, aufzeigen kann, dass da regelmäßig Geld reinkommt, kriegt man eigentlich immer die Kuh vom Eis, ja, also so viel erstmal vorweg. Ansonsten hat er ja einen Steuerberater, das ist ja schon mal ein ganz großer Pluspunkt, ich hatte zum Beispiel bis vor zwei Jahren keinen, nee, vor eineinhalb Jahren sogar und da habe ich das immer mit einem Kollegen gemacht und da hatte ich jetzt auch nicht die Mega-Einnahmen, ich habe jetzt auch nicht die Einnahmen, wie ein Tanzerboot, aber da konnte man auch einiges falsch machen und von daher empfehle ich Punkt eins schon mal einen Steuerberater zu holen, der sich auskennt und investiert wirklich das Geld in einen vernünftigen Steuerberater. Den habe ich jetzt, seitdem ist auch alles geklärt, ja, die Vorsteuer wird alle drei Monate gezahlt und Gewerbesteuer, Einkommenssteuer und Umsatzsteuer und weiß der Teufel, alles läuft. Es ist zwar immer wieder nervig, aber es läuft alles und ich kriege wahrscheinlich so ein bisschen Geld zurück, weil ich ganz gut gewirtschaftet habe und auch mehr Kosten habe, ja, das ist immer wichtig, dass man viele Betriebskosten hat, das ist so der Punkt zwei, dass man natürlich mit dem Steuerberater alles, was man abschreiben kann, auch wirklich abschreibt. Aber manchmal ist man da als Person zu schüchtern und sagt, nee, okay, da bin ich mir nicht sicher, kann ich das absetzen oder nicht. Der Steuerberater weiß es zu 100 Prozent und der kann viele Sachen euch, zum Beispiel wie ein Auto, wenn ihr ein Firmenauto habt oder ein Privatwagen, dann könnte man das auch ummelden und dann könnte man gucken, ist das möglich, da muss ich zu Terminen hin und her fahren, dann könnte man auch mit dem Fahrtenbuch und Co. arbeiten. Wie gesagt, die Steuerberater können unten noch weitere Tipps ergänzen, aber das sind halt so ein paar Sachen, die man dann auf jeden Fall machen kann. Oder wenn man eine Anschaffung hat, wie ein Computer, kann man definitiv das auch abschreiben, ja, ich arbeite damit oder eine Kamera, dann kann ich das von meinem Gewinn runterrechnen, ja, und dann ist das eine Betriebsausgabe. Und da gibt es Dutzende Sachen, die man dort runterrechnen kann, auf verschiedene Versicherungen und Co. und das ist natürlich sehr, sehr gut und auch wichtig, dass man das dann von Anfang an richtig macht. Da hatte er aber auch gesagt, er hat das ganz gut gemacht, da wurde ja auch von seinem Steuerberater gelobt, dass er da anscheinend das schon ordentlich macht. Allerdings hatte er, was der Hauptgrund war, über seinen Verhältnissen gelebt und hat mit Leuten abgehangen, die dann auch ganz gerne mal am KDW dann teuer essen gehen und Co. oder, ja, sich Klamotten teuer kaufen und, ja, den guten Lifestyle erleben und da kann man natürlich auch ganz schnell in so eine Geschichte reingeraten. Und man sagt, okay, ich muss jetzt da irgendwie ein bisschen mithalten, ja, oder irgendwie fühle ich mich jetzt blöd, wenn ich jetzt nicht auch das 1000-Euro-T-Shirt trage. Was absoluter Quatsch ist, ja, aber ihr kennt es vielleicht auch aus der Schule, wenn alle die Nike-Schuhe tragen und ihr habt jetzt als Einziger die Deichmann-Schuhe, dann kann das auch manchmal blöd sein, ja. Wenn man vielleicht sich da irgendwie ausgeschlossen fühlt oder vielleicht auch andere Leute einen da ärgern in der Schule. Also bei mir war das nie so, aber es gibt durchaus, glaube ich, so Leute, die haben das erlebt, weil sie keine Markenklamotten hatten, dass sie sich dann blöd fühlten. Ich muss schon ehrlich zugeben, dass ich immer von meinen Eltern auch ganz gute Klamotten bekommen habe und auch immer Glück hatte. Ich war Einzelkind und, ja, Wunschkind, ja, und hatte wirklich, hab alles bekommen, was ich haben wollte. Und ich hatte dann immer schon auch von 11, 12 hing es dann an, auch immer die Nike-Sachen und die Markenklamotten an. Und von daher hatte ich da immer so ein bisschen Glück, dass ich dann quasi gar nicht erst in diese Lage kam, dass ich da irgendwie gedisst werden hätte können. Was aber auch vollkommener Spaß drin ist im Nachhinein, ne, aber es ist, Kinder können so gemein sein, ihr wisst das, ja. Und, ja, lange Rede, kurzer Sinn, bin ich auch so ein Mensch, der von klein auf darauf achtet, lieber gute Klamotten, Qualität kaufen, als irgendwelche No-Name-Sachen. Also zum Beispiel, das ist jetzt auch ein No-Name, nee, das ist jetzt, oh Gott, das ist jetzt sogar ein Ralph Lauren-Shirt, das ist aber auch nur ein ganz normales schwarzes T-Shirt, ne. Das steht jetzt hier nicht großartig drauf. Da sehe ich zum Beispiel auch noch einen Sinn hinter, ja, Cap und Co. Und ich gebe auch ganz gerne mal für so ein Trikot ein Vermögen aus und hab hier auch die komplette Renovierung bei meiner Mutter und mir drüben da noch gemacht und bezahlt. Und das ist mir zum Beispiel fast zum Verhängnis geworden, ja, ich werde ja auch mal ein bisschen deep talken. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass man mit so Klamotten und Co. natürlich auch viel Geld ausgeben kann. Und ich habe auch teure Sachen im Kleiderschrank, wo ich auch gesagt habe, okay, ich kaufe mir jetzt mal ein bisschen was Teueres. Ich wachse ja nicht mehr außer in die Breite, ja, aber kann ja jetzt auch als erwachsener Mann sagen, okay, ich verdiene, okay, dann kann ich auch mal was mir leisten. Ja, und das ist, finde ich, auch vollkommen legitim. Allerdings hat er wohl wie 400 T-Shirts von irgendwelchen Marken, die dann 400, 500 Euro kosten pro Shirt. Und da sehe ich jetzt persönlich nicht so einen Sinn hinter. Das ist zum Beispiel so ein Dreierpack, das, glaube ich, 70 Euro oder 60 Euro kostet, dann kostet das 20 Euro, das T-Shirt, ja. Dann sage ich, okay, damit kann ich leben. Oder wenn es manchmal 50 oder ein Polohemd auch mal 100 kostet, dann sage ich auch, okay, ja, meinetwegen. Aber alles, was dann über so 400, 500, 600 Euro geht pro Shirt, wo ich sage, nee, das ist doch Quatsch, Tanzi, brauchst du nicht. Da kannst du ja auch im Prinzip fünf oder sechs oder sieben oder acht tolle T-Shirts im Sale kaufen von anderen Marken und kriegst auch eine coole Marke, hast auch eine gute Qualität und musst da nicht irgendwie für 600, 700 Euro von Balenciaga oder Givenchy oder wie sie alle heißen da die Sachen kaufen. Ich kann aber auch verstehen, dass man dann, wenn man in diesem Circle drin ist von Leuten, die das alle tragen und das vollkommen normal ist, auch mal 10.000 Euro bei so einem Shoppingtrip auszugeben, dass man dann halt schon überlegt, okay, wenn ich mir jetzt so gar nichts kaufe, ist dann auch doof, ne. Die Leute mögen mich wahrscheinlich trotzdem, aber irgendwie ist das blöd, ja. Und das kann ganz schnell so gehen und der Kudamm ist voll von Leuten, die da mithalten wollen und sagen, okay, wenn ich das mir jetzt nicht kaufe, dann bin ich hier vielleicht nicht so akzeptiert in den Kreisen und Co. Und das kann natürlich ganz schnell in so eine Richtung gehen. Er hat aber von vornherein auch gesagt, er gibt nicht den Leuten schuld, sondern er ist selbst schuld, das möchte ich auch nochmal anmerken. Und da ist halt der Punkt, da sollte man sich auch, da gibt es auch so Modelle drüber, ja, und auch viele Bücher, die das so schreiben, auch Bodo Schäfer zum Beispiel, auch ein gutes Buch, was ich auch dem Tanzerbot empfehlen könnte, was er mal lesen sollte. Da gibt es so, ja, auch Modelle, wie man halt Geld anspart. Er hat auch Videos dazu hochgeladen, da muss man sich noch nicht mal das Buch kaufen. Ja, dass man zum Beispiel immer sagt, okay, wenn ich jetzt 10.000 reinbekomme und meine Fixkosten gehen ab, dann halt geht in ein Spaßkonto vielleicht 10 Prozent, bei ihm, wenn er jetzt 10.000 oder 20.000 reinbekommen könnte, das dann 2.000 Euro sein bei 20.000, dass er 2.000 da reinlegt und dann halt 4.000 Euro noch anspart. Ja, natürlich auch für die Steuer alles zurücklegt, ne, also ihr wisst, was ich meine. Aber dass er verschiedene Konten hat und dann halt immer automatisch alles so verteilt wird. Und wenn da irgendwie 10.000 Euro auf dem Spaßkonto drauf sind, dann kann er eine tolle Reise machen oder mehrere tolle Reisen oder er kann sich die nächste Dior-Jacke kaufen, hat ja glaube ich auch drei Mille für die Dior-Jacke sich gegönnt, was auch ihm vollkommen legitim ist. Aber ich habe auch gesehen, bei ihm ist der Reichtum ausgebrochen und er lässt es sich gut geben, was auch vollkommen legitim ist. Also ich gebe auch mein Geld aus, man lebt nur einmal, ins Grab kann man es nicht nehmen, also sollte man es auch, das Leben genießen mit gutem Essen, Reisen und schönen Veranstaltungen und natürlich auch mit einer netten Klamotte an, Kleider machen Leute, das war ja schon immer so, ist das vollkommen legitim, aber man muss halt irgendwie gucken, wie kriege ich das irgendwie ins Lot. Und wenn es dann aus dem Ruder gelaufen ist und das Problem ist, man kriegt ja bei YouTube dann irgendwie am 15. oder wenn man ein Netzwerk hat, Anfang des Monats, da seine 5 oder 10 oder bei ihm sind es vielleicht auch 20.000 Euro, dann aufs Konto, Twitch kommt Mitte des Monats auch nochmal ordentlich eine Summe rein und dann hat man das Geld erstmal und dann muss man eigentlich im Kopf sagen, okay, die Hälfte geht ans Finanzamt. Wenn man das dann nicht macht und dann halt immer damit schättern geht auf den Kuhdarm und da ein T-Shirt nach dem anderen sich gönnt oder sagt, ach komm, nächsten Monat kommt ja wieder die Summe rein, kann ich ja immer noch was zurücklegen, dann kommt man irgendwann in so einen Strudel rein und dann kommt irgendwann das bittere Erwachen. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich hier sehr viel Geld für die Wohnung bei mir und auch bei meiner Mutter komplett die Renovierung bezahlt habe. Und ich kann euch sagen, das ist echt ins Geld gegangen. Das weiß ich gar nicht mehr genau die Summe, weil ich würde sagen zwischen 20.000 bis 25.000 Euro ist da reingegangen, da musste quasi alles gemacht werden, weil das hier ein Altbau ist, in dem ich wohne und meine Mutter drüben auch. Und ich wollte ihr das ermöglichen, ich wollte mir das ermöglichen, und ich fühle mich auch viel wohler, ich bereue es überhaupt nicht. Aber ich hatte dann zum Beispiel auch ein bisschen Geld, was ich zurückgelegt hatte fürs Finanzamt, halt auch dafür aussehen, weil ich es fertig bekommen wollte. Und es ist immer noch nicht 100 Prozent alles, aber wo ich gesagt habe, Mensch, wenigstens, so soll es jetzt werden. Und das war auch nicht so gut. Da musste ich zum Beispiel zwischenzeitlich auch einen Kredit aufnehmen, der auch als selbstständiger Mensch nicht so einfach zu bekommen ist. Den habe ich mittlerweile abgelöst, aber da habe ich auch einen Fehler gemacht. Also das gibt es da für ihn auch noch, die Möglichkeit, dass er mit dem Kredit abstottert, aber meistens gibt es auch Möglichkeiten, Raten zu bekommen beim Finanzamt. Mein Tipp ist jetzt auf jeden Fall an ihn, Steuerberater hat er schon, dann definitiv gucken, dass er die Ausgaben mit diesem Kontensystem so für sich gestaltet, dass immer automatisch auf sein Spaßkonto was rauf geht und dann kann er das auch verprassen. Das ist dann sein Spaßkonto und alles andere ist dann geklärt. Da muss er sich keine Sorgen mehr machen. Das richtest du einmal einmal lieber, dann ist es gegessen. Ich mache das die ganze Zeit so. Es geht in meine ETS automatisch ab, es geht dort, es geht um dann meine zwei, drei Sachen. Ich investiere in Gold, ich investiere in ETFs, ich mache noch ein bisschen in Krypto rein, das macht er wohl anscheinend auch. Da liegt man auch leicht mal auf der Schnauze, mach lieber nur in Bitcoin und Ethereum rein, wenn du mich fragst. Und konzentrier dich auf die Sachen, wenn man gerade sich auch nicht so super auskennt. Und selbst das ist eine heikle Sache. Also bitte auch nur machen, wenn ihr das Geld auch verlieren könnt. Ansonsten nicht. Und wenn ihr sicher investieren wollt, dann ist Gold immer okay. Ja, das ist immer relativ konstant. Und was halt auch ganz gut ist, sind halt ETS, da gibt es halt MSC World und das ist halt eine relativ easy Sache. Erkundigt euch da mal selbst. Ich bin ja keiner, der hier die Finanzauskünfte macht, aber das sind auf jeden Fall relativ sichere Geschichten. Wenn man dann was investiert, da gibt es immer so sieben bis acht Prozent Rendite im Jahr. Und ich glaube, das wäre auch nicht so blöd, sich da auch mal Überlegungen zu machen, weil er will ja glaube ich auch mal sich ein Eigenheim gönnen und dann wäre das dort glaube ich auch relativ schnell so, dass er dann auch vielleicht das Geld für sich ein wenig arbeiten kann, lassen kann. Also wenn er seine zwei, dreihunderttausend Euro da schnell zusammenspart, was bei ihm relativ schnell möglich wäre, wenn, da kommen wir zum nächsten Tipp, er auch das jetzt umsetzt, was ich ihm sage. Denn ich bin der Mr. Daily Upload. Wo sind deine Uploads, mein Lieber? Das soll jetzt wirklich nicht bösartig sein, aber du lädst viel zu wenig hoch. Also auf dem Tanzabud-Kanal lässt du die Reichweite liegen. Zwei, drei Uploads, auch wie früher mal wieder so ein bisschen, auch die Vlogs einfach, wo du unterwegs bist, lad da mehr hoch. Mach deine Realtalks, mach deine Formate. Was isst du gerade? Oder mach eine Challenge, wie früher diese Abnehmen-Challenge, das lief doch auch super. Ich kontaktiere andere YouTube-Kollegen, mach mit denen vielleicht auch mal Videos, indem du irgendwie die Restaurants in Berlin dir angucken gehst. Wir können auch gerne was machen. Ich habe auch die ganze Zeit Zeit. Kannst du gerne mit mir durch die Restaurants gehen. Ich nehme auch keine Drogen und brauche keinen Alkohol. Wir können gerne auch nur wirklich Content kreieren. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe ja früher Berlin-Vlogs gemacht. Also sowas ist auch relativ easy. Und dann hättest du deine Uploads auf der Vinci Talks. Ich hätte meine Uploads. Er hatte seine Uploads auf dem Tanzaboot-Kanal. Und dann sein Reaction-Kanal wird automatisch gefüttert durch seine Streams. Da würde ich auch sagen, zwei, drei Mal in der Woche musst du, egal ob es dir blöd geht oder nicht. Klar, ich verstehe das. Man ist nicht immer im Mute, gerade live. Also ich muss auch sagen, ich habe live nachgelassen. Ja, ich versuche da wieder reinzukommen. Aber ich habe früher auch drei, vier Mal die Woche gestreamt, jetzt seit zwei, drei Jahren. Wo YouTube auch besser gelaufen ist, habe ich es auch ein bisschen schleifen lassen und musste auch mehr durchziehen. Aber ich habe zumindest diese Daily-Uploads, manchmal sogar zwei, drei, vier Videos. Ja, das musst du jetzt nicht nachmachen. Aber so wenigstens, wenn du sagst, okay, ein Video in der Woche bei Tanzaboot. Dann die Uploads automatisch durch die Streams kommen bei dem Twitch-Highlight-Channel rein. und du hast ja dein großes Hobby-Auto und da kommen wir zu einer lukrativen Idee, die ich habe, dass du diesen Auto-Channel, der glaube ich eine Million, nee, Quatsch, 100.000, eine Million, eine Million wären schön, aber über 100.000 Abos hat, wo du glaube ich ein, zwei Videos hochgeladen hattest. Fahrverbot, super Name. Da könntest du zum Beispiel auch mit anderen Autoherstellern arbeiten und vielleicht wirklich Auto-Videos oder lustige Auto-Themen-Videos machen. Vielleicht auch mit hier JP Performance und diesen ganzen, ich glaube, die arbeiten locker mit dir gerne zusammen. Du bist auch ein Klickbringer, nutze das mir aus. Ich weiß nicht, wer dich beratet, aber oder berät, beratet, berät, aber da würden mir dutzende Möglichkeiten einfangen, wo man zumindest überlegen könnte, okay, Tanzaboot auf dem Nürburgring, du darfst mal mit so einem Rennauto fahren. Oder trist dich mit Dena, der ist ja glaube ich sogar im Renncircle unterwegs und der würde glaube ich auch mit dir zusammenarbeiten. Dann diverse andere Autokanäle, die sagen, Mensch, super, dann gibt es vielleicht Autohäuser, die dir Autos zur Verfügung stellen und sagen, ey, teste den doch mal, das ist ein neuer Teil hier von Benz und wir wollen jetzt hier mal einen haben, der so mal locker flockig aus der Hüfte schießt und nicht so mit Fakten um sich wirft, eher auf die Unterhaltungsschiene. Ich glaube, das könnte auch super funktionieren. Also mach den Fahrverbotskanal groß. Ja, bring ein Video in der Woche für deine Community, der du es auch schuldig bist, ja, auf dem Tanzaboot-Channel. Dann ein Video vielleicht auf dem Fahrverbotskanal in der Woche, was ein bisschen besser produziert ist und dann die Highlights auf dem Twitch-Channel und dann hast du drei funktionierende, große Kanäle, die viel Geld einbringen plus Twitch, plus vielleicht auch mal so ein paar Sponsorings. Du kannst ja auch mal Sachen sagen, okay, Viva Con Agua machen gutes Wasser, die fördern Brunnenprojekte, die können mir doch mal locker bei meiner Reichweite 1.000, 2.000 Euro überweisen. Ja, und dann trinke ich das Wasser im Stream, will ja auch ein bisschen abnehmen, genauso wie ich jetzt gerade, ja, und dann fertig. Ja, also im Prinzip wäre das so einfach, gerade bei deiner Reichweite, also tu es. Ja, das sind meine Tipps. Setz dich hin und zieh durch und ich glaube, du schaffst das auch ohne diese Tipps, aber ich glaube, das wäre gar nicht so doof. Ja, vielleicht hast du was mitgenommen und wie gesagt, mir ging es auch so. Ich habe auch das alles hier schafft und wie gesagt, man muss immer gucken, dass man dann halt das Geld haushält und dann kann man sich auch was gönnen. Dieses Sparkonto mache ich auch, dieses Spaßkonto und Sparkonto, aber dieses Spaßkonto habe ich auch und dann, wenn es da eine Summe drauf ist, dann kann ich das verprassen und das fühlt sich eigentlich mal ganz gut an, dass das auch regelmäßig geht und dann hat man sich das erarbeitet und muss kein schlechtes Gewissen haben und fertig. Und wie gesagt, das tun auch 50 oder 100 Euro Shirts, das ist auch eine Menge Geld, da muss man jetzt nicht für Balenciaga und Dior da tausende von Euro ausgeben, auch wenn es nett ist, hier und da. So eine Jacke macht ja noch Sinn für drei Millilie, dann sagt man, okay, die hat man jetzt für die nächsten zehn Jahre im Winter, aber bei so einem T-Shirt, was man jetzt drei, vier Mal wäscht und dann nicht mehr großartig trägt, weiß ich nicht. Also das ist manchmal so eine Sache. Das soll es dann für heute gewesen sein. Auch 18 Minuten Talk, aber ich denke, das ist für euch nochmal ganz interessant gewesen. Vielleicht habt ihr auch noch Tipps, wenn ihr selbstständig seid, was man da auch zu achten hat. Ich kann euch nur sagen, achtet drauf, wegen der Krankenversicherung, dass ihr euch da gut informiert, ja, man muss immer 20 Prozent auch an die Krankenkasse zurücklegen, da sind auch viele dran gescheitert, plus, dass man dann eigentlich dann auch überlegen muss, geht man in die Private oder nicht. Ich bin in die Private dann gegangen rechtzeitig, musste aber auch nachzahlen bei der Krankenkasse, hat mir auch fast das Genick gebrochen, ja, aber wie gesagt, achtet da immer sehr drauf, dann einen Steuerberater, das mit der Krankenkasse abklären und dann seid ihr eigentlich auf einem relativ guten und sicheren Weg und könnt euch sehr viel Ärger ersparen, wenn ihr da wirklich auch hinterher seid und wenn das dann halt nicht so klappt, wenn ihr nicht genug Geld reinbekommt durch eure Selbstständigkeit, dann macht vielleicht ein Teilzeit-Business draus und geht nebenher noch arbeiten, das gibt es ja als Möglichkeit auch immer noch. Von daher soll es das für heute gewesen sein, genug Geschwafeln, genug Gequatsche, bis dahin und ciao, ciao.